Im zweiten Kapitel geht es um das Magnetfeld. Schauen wir uns dazu zunächst ein Experiment an. An einem Faden ist ein Stabmagnet aufgehangen. Dieser kann sich frei drehen. Vor Beginn des Experiments zeigt der Südpol des Stabmagneten von uns aus gesehen nach rechts und der Nordpol nach links. Schauen wir doch einmal, ob wir diese Ausrichtung verändern können. Dazu drehe ich den Stabmagneten so, dass der Südpol und der Nordpol in eine andere Richtung zeigen. Nachdem ich den Stabmagneten wieder loslasse, fängt er an sich hin und her zu drehen. Das dauert so lange, dass ich euch dieses im Schnelldurchlauf zeige. Erst nachdem ich den Stabmagneten wieder in die Position bringe, dass der Südpol nach rechts zeigt, hört er auf sich zu drehen. Testen wir das Ganze noch einmal. Dieses Mal drehe ich den Stabmagneten so, dass der Südpol nach links zeigt. Nachdem ich den Magneten loslasse, dreht er sich dieses Mal aufgrund seiner Trägheit noch wilder. Sogar mehrere Male um seine eigene Achse. Auch hier beruhigt sich der Stabmagnet erst, wenn ich den Südpol nach rechts ausrichte. Dieses ist die einzige stabile Ausrichtung. Doch warum? Ich habe den Stabmagneten entfernt und einen Kompass unter die Wäscheklammer gestellt. Der Kompass zeigt uns an, in welche Richtung der Nord- und der Südpol der Erde liegen. Wir erinnern uns, dass der Südpol des Stabmagneten nach rechts zeigte, dort wo sich laut Kompass der Südpol der Erde befindet. Komisch, wir hatten doch im Experiment vorher festgestellt, dass sich zwei gleiche magnetische Pole abstoßen. Um das zu erklären, müssen wir einen Blick auf die Erde werfen. Wie ihr sicherlich wisst, dreht sich die Erde um die eigene Achse. Positionieren wir einmal einen riesen Kompass auf die Erde. Die Kompassnadel ist nichts anderes als ein Stabmagnet mit einem Nord- und einem Südpol. Der Nordpol der Kompassnadel zeigt in Richtung des Nordpols der Erde und der Südpol der Kompassnadel zeigt in Richtung des Südpols der Erde. Wie können wir uns das erklären? Die Erde besitzt zwei magnetische Pole, genauso wie ein Stabmagnet. Wir stellen uns einmal vor, dass sich die Erde um einen riesigen Stabmagneten dreht. Das Entscheidende ist nun, dass der Stabmagnet am geografischen Nordpol einen magnetischen Südpol besitzt. Am geografischen Südpol hat er einen magnetischen Nordpol. So kann man erklären, warum unser frei drehbarer Stabmagnet mit seinem Nordpol zum geografischen Nordpol gezeigt hat, da dieser vom magnetischen Südpol angezogen wurde. Allerdings ist unser Magnet doch sehr weit weg von den magnetischen Polen der Erde. Wie spürt der Magnet, wo Norden und wo Süden ist? Das hat mit dem magnetischen Feld um einen Magneten zu tun. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie die Form des Magnetfeldes eines Stabmagneten aussieht. Dazu führe ich zunächst einen Kompass um einen Stabmagneten. Die Kompassnadel richtet sich je nach Position zum Stabmagneten aus. Die Spitze der Kompassnadel ist ein magnetischer Nordpol. Dieser zeigt in Richtung des magnetischen Südpols des Stabmagneten und das flache Ende der Kompassnadel zeigt in Richtung des Nordpols des Stabmagneten. Nimmt man anstelle einer Kompassnadel ganz viele kleine Kompassnadeln, zeigt sich folgendes Bild. Man kann Linien erkennen, die vom Nord zum Südpol zeigen. Verändert man die Ausrichtung des Stabmagneten, ändert sich auch die Ausrichtung der kleinen Kompassnadeln, sodass wir wieder Linien erkennen, die vom Nord zum Südpol zeigen. Noch besser kann man die Form eines Magnetfeldes veranschaulichen, indem man eine weiße Pappe über einen Stabmagneten legt und kleine Eisenspäne auf die Pappe streut. Man erkennt zwei Punkte, an denen sich viele Eisenspäne anordnen. Unter diesen beiden Punkten befinden sich die Enden des Stabmagneten, dort ist die magnetische Kraft am stärksten. Ausgehend von den beiden Polen des Magneten ordnen sich die Eisenspäne in geraden und bogenförmigen Linien an. Schauen wir uns in der Animation noch einmal die Untersuchung eines Stabmagneten mit mehreren Kompassen an. Verbindet man nun die Ausrichtung der einzelnen Kompasse mit Linien, ergibt sich folgendes Bild. Hier seht ihr nun die Form eines Magnetfeldes um einen Stabmagneten. Die einzelnen Linien nennt man Magnetfeldlinien. Diese Magnetfeldlinien schneiden sich niemals. Die Richtung jeder Magnetfeldlinie wird mit einem kleinen Pfeil dargestellt. International haben sich Wissenschaftler darauf geeinigt, dass die Magnetfeldlinien vom Nordpol zum Südpol zeigen. Die Dichte der Magnetfeldlinien, also die Anzahl der Magnetfeldlinien in einem bestimmten Bereich, gibt an, wie stark die magnetische Kraft an dieser Stelle ist. An den beiden Enden des Stabmagneten sind die Magnetfeldlinien sehr dicht beieinander, da alle Magnetfeldlinien aus dem Nordpol austreten und in den Südpol eintreten. Dort ist die magnetische Kraft dementsprechend am größten. Seitlich vom Magneten liegen die Magnetfeldlinien nicht so dicht beieinander. Die magnetische Kraft ist hier auch deutlich geringer. Neben dem Stabmagnet ist der sogenannte Hufeisenmagnet von besonderer Bedeutung. Untersucht man die Form des Magnetfeldes eines Hufeisenmagneten mit einem Kompass, stellt man fest, dass die Ausrichtung des Kompasses in der Mitte des Hufeisenmagneten überall gleich ist. Noch deutlicher sieht man dieses, wenn man wieder unsere vielen kleinen Kompassnadeln zu Hilfe nimmt. Nur im Außenbereich des Hufeisenmagneten zeigen die Kompasse in unterschiedliche Richtungen. Das Magnetfeld eines Hufeisenmagneten kann man wieder sehr schön mit Hilfe von Eisenspänen veranschaulichen. Schauen wir uns in der Animation die Ausrichtungen der Kompasse und das Magnetfeld eines Hufeisenmagneten an. In der Mitte ist die Ausrichtung aller Kompasse gleich. In diesem Bereich spricht man von einem homogenen magnetischen Feld. In diesem homogenen magnetischen Feld ist die magnetische Kraft überall gleich groß, sowohl seine Stärke als auch seine Richtung. Um den Hufeisenmagneten herum befindet sich ein inhomogenes magnetisches Feld.